Lira Bayramay und Anja Mittag besuchen BILD in Berlin. Die beiden Profispielerinnen von Turbine Potsdam können auch in den Redaktionsräumen nicht vom Fußball lassen. Gerne nehmen sie zwischendurch auch den ein oder anderen männlichen Herausforderungs-Kick an, sammeln dabei allerdings mitunter unterschiedliche Erfahrungen. Ich finde schon, dass sie manchmal zurückziehen oder zumindest ein bisschen Feingefühl haben. Oder findest du nicht? Ja doch, wir will uns schon gerne gegen eine Frau verlieren. Und deswegen geben wir da auch wirklich alles. Also bis jetzt bei den ganzen Spielen, die wir hatten, haben wir schon alles gegeben. In ihrem Buch Mein Tor ins Leben schreibt Lira Bayramay, die Hälfte aller Profifußballerinnen in Deutschland sind lesbisch. Generell scheint Homosexualität im Frauenfußball kein Problem zu sein. Anders als bei den männlichen Kollegen. Und bei den Männern, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil bei den Männern wäre es total schlimm, wenn sich jetzt einer outet. Das wäre für ihn ja eine Katastrophe. Weil wir sind ja wirklich die ganze Zeit nur so im Fokus. Und wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich stehe auf, ich bin schwul oder sowas, dann ist es natürlich für die Leute was Interessantes. Und dann würde man entweder auslachen oder was weiß ich was machen. Also hier im Frauenfußball ist wirklich total, alles ist so familiär. Und es läuft einfach viel, viel besser ab als bei den Männern. Deswegen haben da einige Frauen gar kein Problem mit, es zuzugeben. Lira selbst hat sich entschieden. Sie steht eindeutig auf Männer und hat bereits genaue Pläne. Also ich will ja sowieso nach 2011 Kinder kriegen und heiraten. Und ich bin halt so ein Familienmensch. Und deswegen kriegt man sowas auf jeden Fall hin. Man nimmt sich halt so näher Pause und danach auch nochmal fürs Baby. Aber dann kann man auf jeden Fall weiterspielen. Fußball hindert mich nicht dazu, dass ich keine Kinder kriegen, kriege oder nicht heirate oder sonstiges. Ja, aber du kannst es ja auch nach der Karriere machen. Ich wette, nach 2011 machst du es garantiert nicht. Wette ich mit dir. Wir können gerne wetten. Okay, können wir wetten. Welchen Mann dafür finde, natürlich. Zunächst einmal geht Lira Bayrammer jedoch weiter auf dem Fußballplatz in die Offensive. Denn zusammen mit Anja Mittag will die Nationalspielerin 2011 in Deutschland den WM-Titel verteidigen. Eines ist sicher, einen Mann braucht sie dafür zumindest nicht.